Sous-Vide hat jeder schon mal gehört. Was jetzt passiert, du kriegst ein fundamentales Wissen über Sous-Vide, was dein Leben als Koch einfach weiter bereichert. Riecht ihr das schon? Ist die beste Ananas, die ihr jemals hattet. Das müsst ihr probieren. Sieben knackige Lektionen über Sous-Vide, wo du keine Zeit verschwendest. Das ist für mich ein unglaubliches vegetarisches Gericht. Ganz gleich, ob Fisch, Fleisch, Obst oder Gemüse, alles ist dabei. Mein Name ist Heiko Antonievic. Schau dir jetzt meine Masterclass auf Grunde an.